Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich habe über den Februar verteilt eine Menge eingekauft und die besten Einkäufe des Monats, die schauen wir uns heute mal an. Ja, meine Freunde, willkommen zu dieser neuen Folge Neuzugänge. Ab dieser Folge ändert sich einiges. Ich habe es ja schon im letzten Kanalupdate angesprochen. Es werden jetzt keine einzelnen Einkäufe mehr gezeigt, so nach dem Motto, boah, ich habe jetzt hier 200 Euro bei Erik eingekauft. Nein, sondern ich zeige euch jetzt immer die besten Sachen, sozusagen die Highlights der vergangenen Einkäufe, die würfel ich quasi so zusammen und die schauen wir uns dann an, einfach um die Qualität ein bisschen nach oben zu schrauben. Ich will das Thema jetzt nicht schon wieder breit treten. Wer hier eine nähere Erläuterung zur Thematik möchte, der sollte sich das letzte Kanalupdate angucken. Ich werde es auch nochmal in der Endcard verlinken. Ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Es ist schön dekoriert, wie man sieht. Das sind übrigens keine Neuzugänge, nur zur Info. Und es handelt sich um diese beiden kleinen Stapel hier. Und den ersten schnappen wir uns hier gleich. Und wir wollen auch gleich beginnen. Wir fangen an mit der magischen Formel aus Gladiators Assault. Das ist eine Karte, die tatsächlich eher so zu den vergessenen Secrets gehört. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht nur eine geschichtsträchtige Karte, sondern ein sehr geschichtsträchtiges Set, aus dem diese Karte kommt. Den Gladiators Assault oder... Nein, fangen wir mal anders an. Secret Rares gibt es ja seit dem ersten Set, seit Legend of Blue Eyes White Dragon. Allerdings gab es die nicht durchgehend, sondern wie die Ghosts und Ultimate Rares wurden auch die zeitweise abgeschafft. Und zwar verließen uns diese Karten in Soul of the Duelists und wurden dann durch Ultimate Rares ersetzt. Und erst einige, einige Jahre später in Gladiators Assault wurden die Secrets wieder eingeführt. Das heißt, diese Karte ist quasi einer der ersten Secrets nach der Wiedereinführung dieser Rarität. Eine äußerst schöne Karte, schön oldschool, ein absolut tolles Design. Und man muss auch mal bedenken, schaut euch mal das Artwork an, wie detailreich und dennoch gut im Kopf bleibend dieses Artwork eigentlich designt wurde. Richtig, richtig, richtig schön. Diese ganzen Verzierungen am Einband. Mir gefällt die Karte einfach wahnsinnig gut. Preislich ist die Karte relativ hoch im Kurs, dreistellig. Es gibt aktuell nur ungefähr sieben Angebote auf Market. Deutsch, Niemann und First. Der günstigste, der hat allerdings glaube ich nur neun Verkäufe oder so, bietet es für 150 an. Danach geht es hoch auf 165, dann direkt fast auf 180 und dann sind wir auch schon über 200 Euro. Also dementsprechend eine sehr, sehr teure alte Secret aus der alten Zeit. Mir gefällt sie extrem gut. Und dementsprechend hat sie hier einen Platz in den Neuzugängen bekommen. Weiter geht es mit einer schicken Ghost Rare aus vergangenen Tagen. Und zwar den Black Rose Dragon. Hier englisch unlimitiert aus Crossroad of Chaos. Ein absolutes Schmuckstück. Man sieht hier schön den Ghost Rare Effekt. Ja, der Black Rose Dragon war ja ursprünglich das Boss Monster von Arkisa. Jeder 5Ds Fan und auch viele, viele Leute außerhalb von 5Ds werden das wissen. Denn in 5Ds war es ja so, dass es unter dem feuerroten Drachen, der feuerrote Drache ist übrigens Altimaier Zeugkind, nur für die Leute, die es interessiert, fünf verschiedene Drachen gab, die die auserwählten Drachen waren. Ich glaube, das war der Werkzeugdrache, der Lebsturmdrache, Stardust, Black Rose und der Rotdrachen Erzunterwälder. Und ja, die fünf Protagonisten hatten halt jeweils einen Drachen und der von Akisa war eben der hier, der Black Rose Dragon. Es ist übrigens noch ein weiterer reserviert auf Deutsch. Der ist nochmal 50 Euro teurer, auch unlimitiert. Den werde ich allerdings erst nächsten Monat bekommen. Ja, sehr coole Karte an der Stelle, eine der schönsten Ghost Rays überhaupt aufgrund des weichen Lichts natürlich wieder etwas schlecht zu erkennen. Aber vielleicht, wenn ich hier den Beauty Shot einfüge, so wie ich es ja eigentlich immer tue bei den Neuzugängen, da wird man es dann vielleicht sehen, vielleicht nehme ich wieder ein bisschen härteres Licht. Ist auf jeden Fall eine sauschöne Karte. Die Karte, preistechnisch, ist eine Nierment Englisch Unlimitierte bei 100 Euro in etwa glatt einzurechnen. Die deutsche, die ich jetzt zum Beispiel im nächsten Monat bekomme, ist dann wieder 50 Euro teurer. Die kostet dann schon wieder 150. Und wenn ihr eine First wollt, da dürft ihr dann richtig in die Tasche greifen. Die kostet, ich glaube, locker 2,250. Ich habe es nicht genau nachgesehen, aber so in etwa dürfte diese Karte gehen. Die Karte gehört also zur Crème de la Crème, sage ich mal, der Ghost Rays im TCG. Die meisten Ghosts gehen ja immer so, ja, hier 70, 80, 90, vielleicht mal 100 Euro. Und wirklich, die Karte, wenn man sie jetzt zum Beispiel als First nimmt, ist schon weit drüber. Lange Zeit die teuerste Ghost Rays im TCG gewesen. Hat sich immer mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Regenbogendrachen geleistet, was den Preis anging. Der ja auch zeitweise mal auf 250 Euro war, mittlerweile wieder auf 130 runter. Und dann kam der Stardust-Dragon und ist recht an beiden vorbeigezogen und ist aktuell wohl die teuerste Ghost Rays auf dem Markt. Und nein, die werden wir heute leider nicht sehen. Dann geht es weiter mit dem majestätischen Sternendrachen, wo wir gerade von Stardust gesprochen haben. Aus Stardust Overdrive, richtig schön hier, auch unlimitiert an der Stelle. Auch eine unglaublich schöne Karte. Preistechnisch auch so, ich glaube, bei 70 oder 80 Euro einzurechnen, sollte ich mich täuschen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dann werde ich das natürlich hier oben einblenden. Vielleicht werde ich das auch generell bei den Karten machen, mal schauen. Also auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Jetzt nicht unbedingt meine Lieblings-Ghost Rare, aber dennoch wirklich ein absoluter Hingucker. Ich persönlich finde sie tatsächlich in Ultimate Rare noch einen Ticken schöner. Ich finde, die Rarität passt einfach besser zur Karte. Trotzdem ist die Ghost natürlich um einiges teurer, vollkommen klar, auch um einiges seltener. Hier leider auch nur als unlimitierte Variante. Ich habe leider keine First gefunden aktuell. Auf jeden Fall ist da das Overdrive auch ein saukules Set gewesen. Würde ich auch gerne mal aufmachen, wenn ich das Display mal irgendwo sehe. Mal schauen. Wir hatten ja jetzt erst letztens ein recht schönes Opening. Aber wie bereits gesagt, majestätische Sternendrache an der Stelle. Und wir machen auch direkt mit dem Gegenstück weiter, nämlich den majestätischen Roten Drachen. Auch eine coole Karte. Da finde ich persönlich aber dennoch den majestätischen Sternendrachen tatsächlich einen Ticken schöner. Der kommt aus Absolute Power Force. Das Set, das ich ständig mit Ancient Prophecy verwechsel, von der Abkürzung her. Hier kommt der Ghost Rare-Effekt leider nicht so gut zur Geltung. Im Allgemeinen, also wenn man hier mal den Unterschied zum Beispiel sich anguckt, da kommt die halt doch noch ein bisschen besser rüber als der hier. Hier ist eigentlich bloß der Kopf vorne scharf. Der Rest ist irgendein verschwommenes Wirrwarr. Gibt es auch als Secret Rare und als Ultra Rare, als Ultimate Rare. Also den gibt es natürlich wieder an unterschiedlichsten Raritäten. Auch das ist eine sehr besondere Karte. Diesmal allerdings hier als Erstauflage. Sehr schön an der Stelle. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste da noch irgendwo... Ach nee, genau. Ich hatte ursprünglich noch einen zweiten Angeboten bekommen, der nicht First war. Aber da hat sich dann im Nachgang herausgestellt, dass die Karte bedauerlicherweise nicht nirgend ist. Ich hatte mir auch noch einen schwarz geflügelten Drachen gekauft. Allerdings war der auch nur noch exzellent oder gut. Der hatte unten am Eck hier so einen kleinen Knick. War ein bisschen schade, habe ich aber direkt weitergegeben an den lieben Thomas. Und zu einem guten Preis. Und ich denke mal, wir sind uns dann da einig geworden. Und jeder ist zufrieden gewesen. Ja, der majestätische rote Drache an der Stelle. Sehr schön. Dann haben wir den Sternschnuppendrachen. Den habe ich tatsächlich recht preisgünstig bekommen aus Starstrike Blast. Man findet eigentlich kaum noch was. Erik hatte mal vor einer Weile ein Display davon. Schade, dass ich es mir nicht rangeholt habe. Habe ich leider Gottes gepennt. Aber mein Gott, was wir mal machen. Gab es natürlich auch ein Ultimate Rare. Haben wir auch letztens im Kanalupdate gesehen. Da habe ich die Ultimate Rare mal eingeblendet. Gibt es auch ein Ultra Rare. Jetzt letztens ein Spendenvideo bekommen. Kostet er auch 15 Euro in etwa. Und der hier geht normalerweise so um die 80 Euro. Habe ihn aber relativ preisgünstig bekommen. Nämlich für einen 10er weniger. Hier auch als erste Auflage. Sehr, sehr schöne Karte. Kommt auch in Ghost Rare wunderbar zur Geltung. Also ich muss schon sagen, das ist ein designtechnisches Meisterwerk. Und ich hoffe ja immer noch, dass Ghost Rare irgendwann wieder zurückkommt. Konami hat ja damals, als sie gesagt haben, Ghosts und all das werden abgeschafft, die Option offengelassen, dass Ghosts wieder zurück in die Hauptsets kommen. Ich hoffe, das wird Konami irgendwann umsetzen. Konami ist aktuell gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Speziell wenn man zum Beispiel jetzt bedenkt, was für Sets rauskommen. Allein schon dieses Legendary Duelist Season 1, mega coole Sache. Mit der neuen Rarität, die dort eingeführt wird. Mit den Colorful Ultra Raves, die sie direkt aus dem OC gekopiert haben. Weiß ich daher, weil ich aus dem OCG ein paar Karten in der Rarität schon habe. Unter anderem zum Beispiel Dick Wurzak und so weiter. Aber ich schweife ab. Star Strike Blast, echt cooles Set gewesen. Da gab es auch eine relativ seltene Shortprint drin. Nämlich den Wichtraum. Der kostete auch, glaube ich, 30 Euro ging da letztens noch als Kamen. Sehr coole Sache. Und ja, Sternenstumpendrache an der Stelle. Dann geht es weiter mit dem finsteren Rebellions-Exis-Drachen. Und die Karte, also habe ich auch hier First natürlich, klar, aus Next Challengers oder New Challengers. Kostet, glaube ich, auch so um die 70 Euro aktuell. Ja, New Challengers ist so ein Set, das ist so ein bisschen mehr vorbeigegangen. Ist auch irgendwie nie so wirklich in meinem Kopf geblieben. Und die einzigen Karten, die so wirklich richtig hart hängen geblieben sind aus dem Set, ist eigentlich nur die hier. Mehr eigentlich nicht. Gibt es auch ein Ultimate Rare, auch sehr schön. Kostet da, glaube ich, 18 Euro oder so. Und ja, bei der Karte ist es so, die hat irgendwie hier so eine ganz, es sieht aus wie so eine Welle. Ja, ich versuche das mal. Vielleicht sieht man es dann auch bei den Beauty-Shots. Seht ihr das? Also das ist irgendwie, aber es ist keine wirkliche Beschädigung. Es wirkt einfach wie so eine Welle. Aber es ist keine ganz, ganz komisch, ganz eigenartig. Mal gucken, was ich damit mache, ob ich die in die offizielle nehme oder in die private im Prinzip. Es fällt eigentlich kaum auf. Also man muss es schon ganz speziell gegen das Licht halten. Beim Beauty-Shot wird es natürlich zu sehen sein, weil da die Kamera natürlich recht nah ist und die Beleuchtung wirklich extrem. Aber im Normalfall, wenn du die Karte so in der Hand hältst, siehst du das einfach nicht. Ich habe das erst nach zwei, drei Tagen bemerkt, dass das da ist. Und das, obwohl ich die Karte nach dem Warneingang natürlich wirklich gut geprüft habe. Aber gut, ist halt so. Es stört mich persönlich jetzt auch überhaupt nicht. Also ich muss sagen, das sieht man kaum. Das sieht man jetzt über Kamera wesentlich krasser, als man es mit einem bloßen Auge sieht. Dann die Karte, die heute noch angekommen ist, auf die habe ich gewartet, um die Folge drehen zu können. Aufrichtig in First. Niermint ist ja auch so eine 60, 65, 70 Euro Karte. So in die Richtung. Ja, da muss ich sagen, hätten sie die besser als Ultimate Re geprintet damals. Haben sie aber nicht. Im OCG ist das ja auch eine Ulti. Habe ich auch ein paar. Sieht cool aus. Als Ghost Rear geht der Effekt halt richtig flöten. Hier sieht man es ein bisschen. Aber wirklich ist es schwierig, den Effekt einzufangen. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Karte ist jetzt, glaube ich, mein, oh Gott, sechstes, siebtes oder achtes Exemplar. Ich habe tatsächlich nur eine Unlimitierte, von der die nächste ist auch gleich reserviert. Also wahrscheinlich werden wir nächsten Monat in den Neuzugängen nochmal den und nochmal einen Black Rose sehen. Je nachdem. Werde aber gucken, dass sich nicht allzu viel wiederholt. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine schöne Karte. LODT ist natürlich ein absolut klassisches GX-Set. Mega coole Sache. Freut mich, dass wir die Karte auch in der Sammlung begrüßen dürfen. So, dann geht es weiter mit Spellbook of Power. Sieht für mich persönlich eher sogar sehr nach dem Army Print aus. Die Karte ist Niermint ein bisschen dreckig vom Anfassen oben. Da muss ich noch ein bisschen säubern. Ansonsten absolut Niermint. Es war halt so, dass ich gesagt habe, ja, wenn der andere, maesthetische rote Drache nicht Niermint ist, legst man halt irgendwie für 50 Euro noch eine Ulti dazu. Und das ist halt eben Spellbook of Power geworden aus dem Astral Pack 2. Jetzt habe ich da keine Ahnung, wie viel habe ich denn da? Noch 3, 4 vielleicht, vielleicht 5, keine Ahnung. Trotzdem sehr, sehr schöne Karte in Ultimate Rare. Mega, mega cool. Gibt es ja ansonsten bei uns im TCG nur als Scummin. Und ja, eine schöne Alti nimmt man natürlich gerne mit. Absolut, absolut tolles Atom. Astral Pack 2. Also ich muss sagen, diese ganze Astral Pack Politik sozusagen, dass dann in diese OTS Tournament Packs später umgewandelt wurde, ist einfach mega nice. So bleiben uns die Ultis als etwas noch Besondereres, als so schon erhalten. Und ich muss sagen, so für Sammler wirklich, wirklich cool. Wenn man bedenkt, also diese ganzen, also seit es Ultimates nicht mehr gibt, sind diese ganzen Astral Pack und OTS Tournament Pack Ultis quasi prägestiniert dafür, irgendwann zu steigen, wenn man so möchte. Dann haben wir noch ein bisschen was günstigeres, den Dekodiersprecher aus dem OTS Tournament Pack 6. Der geht, glaube ich, aktuell in 10er, ist jetzt also nichts übermäßig krasses, sage ich mal. Da habe ich ein bisschen Dreck auf der Hülle, auch gut. Ich persönlich muss sagen, er sieht in Ultimator richtig, richtig gut aus. Das ist jetzt nicht mein Lieblings-Codiersprecher, da gibt es ja ganz andere, die wesentlich besser aussehen. Ich finde eigentlich fast alle schöner als den. Ich finde es halt schade, dass sie aus dem ganzen Thema, also es gab ja ursprünglich sechs Stück, soweit ich weiß. Und der Schuss-Codiersprecher war, glaube ich, der letzte, der gefehlt hat. Er ist ja dann in Super-Rair rausgekommen, glaube ich, in Mystic Fighters oder so. Hätte ich mir auch als Ultra-Rair aus irgendeinem Structure-Deck oder so gewünscht. Aber ist halt nicht so gewesen. Aber jetzt haben sie dann noch lauter Neben-Codiersprecher und, ach, keine Ahnung, entwickelt. Und das ist halt, es ist das Thema wieder zu groß. Ich habe es ja in kleinen, aber feinen, immer so sechs Stück oder mal so ein Dreierpärchen, wie zum Beispiel die Götter, die Heiligen Ungeheuer, die Asengötter. Das ist mir viel lieber als so ein ganz breit gefächertes Thema. Bei bestimmten Karten. Bei manchen ist das cool, bei manchen finde ich das aber gar nicht tool, äh, tool, tool, Leute, tool, Alter, was ist los? Oder was ich auch cool finde, sind so Gegenstücke. Zum Beispiel majestätische Roter Drache, majestätische Sternendrache, sowas finde ich auch mega cool. Auf jeden Fall sehr coole Karte, Dekodiersprecher in Ultimate Realm. Dann habe ich mir noch für insgesamt 70 Euro zwei Tournament-Pack, beziehungsweise eine Tournament-Pack, eine Champion-Pack-Karte gekauft. Das eine ist die Großschildwache, habe ich auch einen guten Deal gemacht. Insgesamt 70% Market-Preis bezahlt. Ähm, Großschildwache geht ja auch schon so, 70, 80 Euro in etwa in Super Rare. Ähm, mit 70, 80 Euro schon krass eigentlich. Trotzdem mega schön, habe ich mir gegönnt, hat einen in der WhatsApp-Gruppe angeboten und den habe ich natürlich dann mitgenommen. Genauso wie die nächste Karte, die jetzt wieder ein bisschen günstiger ist, geht glaube ich so zwischen 10 und 15 Euro. Der flinke Momonga aus dem Champion-Pack 2 in Super Rare. Ich persönlich finde, dass der grüne Hintergrund halt in Super Rare so richtig schön zur Geltung kommt. Also mir gefällt die Karte unglaublich gut in Super Rare. Auch mit diesem schönen alten Finish und dem Look. Mega cool, muss ich sagen. Und ja, flinker Momonga habe ich mir dann eben auch noch mitgenommen. Ich finde allerdings, dass man sagen muss, da gibt es mittlerweile wesentlich bessere Designs. So vom Design an sich her ist es natürlich schön oldschool, vollkommen klar. Aber natürlich relativ rabiat Design. Trotzdem wirklich cool, also ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Genau, das war so der erste Stapel. So der richtig krass teure Shit. Jetzt habe ich hier noch ein paar schöne Sachen, die auch nicht unbedingt billig waren, weil sie ursprünglich sealed waren. Ich habe sie ausgepackt. Die sind alle sealed gewesen. Also alles, was ihr jetzt seht, war vorher sealed. Warum hast du das ausgepackt, Julian? Das kannst du doch nicht machen. Da verlieren die Karten doch an Wert. Ja, das weiß ich, Leute. Das ist mir vollkommen klar. Aber es geht schlichtweg darum, ich will diese Dinger hier reinpacken. Das kann ich auch mit dem OVP-Ding tun, aber dann muss ich die Teile umknicken. Mal abgesehen davon sehen die Verpackungen schnell siffig aus und haben Dellen. Hatten einige der Packungen hier auch. Und ich bin ein Mensch, der alles einheitlich sammelt. Ich brauche einheitliche Ware. So einfach ist der Käse. Und wenn dann da irgendwo keine schwarze Hülle drin ist, sondern irgendwie so ein verranztes OVP-Teil, dann sieht das halt nicht mehr schön aus. Deswegen habe ich sie ausgepackt. Alles schön hier mit gewesen. Eigentlich MINT. Und ja, habe die eben in meine schwarzen Hüllen gepackt. Und dabei handelt es sich um diese Karten hier. Keine Sorge, das sind jetzt nicht alles irgendwie unterschiedliche Karten. Das sind jetzt einfach relativ viele Kopien der selben Karte. Wir werden jetzt hier noch genau drei Karten sehen vom Typ her. Wir haben einmal aus der Jump den Blue Eyes White Dragon mit der Erde im Hintergrund. Sehr cool. Den haben wir hier sogar öfter. Eins, zwei, drei Mal aus der Jump und noch zwei Mal aus BNZ. Ich finde aber in den BNZ-Varianten so cool, also aus den Banser-Varianten, dass hier der Rahmen irgendwie auch noch so komisch glänzt. Finde ich halt mega, mega cool. Und ja, wie bereits gesagt, OVP sind die natürlich relativ selten ausgepackt. Findet man sie noch relativ easy. Ich habe dementsprechend auch einen stolzen Preis bezahlt, sage ich mal, für die Teile. Vor allen Dingen habe ich die bei Erik gekauft. Und Erik ist halt, also ich habe übrigens seinen Market in der Videobeschreibung verlinkt. Man findet bei ihm wirklich ab und zu schöne Sachen, schöne Karten. Ich habe auch die magische Formel von ihm. Aber alter Schwede ist der teuer manchmal. Da muss man sich schon mal den Kopf fassen. Aber ich kaufe gerne bei ihm. Und ja, warum nicht? Wir verstehen uns. Wir kennen uns auch schon lange. Und da will man mal nicht so sein. Auf jeden Fall fünfmal blauer Giga-Weißer Drache, dreimal Jump, zweimal BNZ. So, dann kommen wir zur Creepfans Lieblingskarte, nämlich dem Dragon Master Knight. Knight gibt es bei uns ja aus dem Duelist Pack Kyber. In den USA gab es so einen Blister. Ich glaube, da waren da zwei Dark Revelation 4 Booster drin oder so. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall waren da zwei oder drei Booster drin. Und eine Promokarte. Und die Promokarte war eben der Dragon Master Knight. Ist gar nicht mal so teuer. Kann sich eigentlich jeder leisten. Ist auch so eine Karte, die ich wirklich jedem empfehlen würde, der seine Sammlung eben günstig aufbessern möchte. OVP leider nicht so günstig. Aber ausgepackt im guten Zustand ist sie doch relativ bezahlbar. Aber auf jeden Fall wesentlich bezahlbarer als die Duelist Pack Kyber Variante. Und da ich aktuell, ich glaube, allein schon zehn oder zwanzig Duelist Pack Kyber Varianten habe, aber nur fünf oder sechs UEs, habe ich mich erst recht gefreut, dass er hier die ganzen UEs im Angebot hat. Und zwar sind das hier sieben Stück an der Zahl. Wie man sieht. Also mega, mega cool. Und das ist halt auch so eine Sache. Auch wenn Erik an der Stelle jetzt teurer war, hat er halt wirklich raue Mengen davon da gehabt. Und da kaufe ich dann natürlich lieber, als mir die jetzt alle einzeln zusammensuchen zu müssen. Und da habe ich halt einfach mal sieben Stück auf einem Haufen gehabt. Und da habe ich meinen Bestand eben dementsprechend aufstocken können. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte hier. Der Dragon Master Knight. So und der Rest sind alles rotäugige schwarze Drachen aus BNZ. 22 Stück an der Zahl. Also wir zählen das hier nochmal durch. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zehn, hättest elegig und zwölf bye. Und ich brenne euch mal die aktuellen Preise übrigens hier oben ein. Von ausgepackten Exemplaren wohl gemerkt, weil ich habe sie zwar OVP gekauft, aber jetzt sind sie halt ausgepackt. Also muss ich natürlich den aktuellen Wert nehmen und ja, ist natürlich absolut cool. Was übrigens interessant ist, ist mir irgendwie nie wirklich aufgefallen, erst letztens. Den gibt es ja in zwei Varianten in dem Artwork. Den gibt es ja einmal mit diesen grünen Wolken im Hintergrund, wie zum Beispiel aus PCY in Prismatic Secret und einmal mit den dunklen. Mir persönlich gefällt das sogar mit den grünen besser, aber auch mit den dunklen sieht er halt relativ cool aus. Ich finde halt so, dass der grüne Farbton irgendwie so schön mit dem Rot hier harmoniert. Ich finde das Artwork generell richtig, richtig geil. Dieses dunkle Artwork, dieser schwarze Drache, wo von seinem eigenen Feuer so richtig düster angeleuchtet wird, ist einfach mega cool. Und ja, ich finde ihn tatsächlich in diesem Artwork noch wesentlich schöner als in seinem Originalartwork. Ja, das soll es erstmal gewesen sein an der Stelle mit der heutigen Folge Neuzugänge. Da steckt wieder einiges an Schotter drin und ich bin schon dabei, mir für die nächste Folge mein Zeug ranzuholen. Es wird auch eine relativ teure OCG-Folge demnächst geben für alle OCG-Freunde hier im Lande sozusagen. Mich hat es gefreut, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, meine Sammlung hier mal wieder mit ein bisschen hochwertigeren Sachen aufstocken zu können. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zur aktuellen Aufmachung dalassen in den Comments im Live-Chat. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.